Das Team rund um Robert Scherlander von Web Media Solutions in Klagenfurt hat eine technische Neuheit präsentiert, die vor allem auf den Tourismus abzielt. Mit speziellen Brillen kann man sich übers Internet von zu Hause aus einen ersten 360-Grad-Rundumblick über das gewünschte Feriendomizil verschaffen. So wie hier auf dem Pyramidenkogel sollen auch an anderen touristischen Plätzen 360-Grad-Kameras installiert werden. Die Kameras können auch Wetterdaten mitliefern. Der Bürgermeister von Koitschach, Kaldujak, spricht jedenfalls von einer großen Chance, so noch mehr Touristen zu erreichen.